willkommen in einem neuen video auf meinem kanal heute mal wieder werdet ihr gepusht das wird nicht lang gehen aber ihr werdet gepusht leute und zwar suchen wir mal unseren stream hi 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 nice wie viele zuschauer sind wir denn schon null zuschauer aber kommentare ein zuschauer sind wir live ja also leute das ding ist hashtag bewerten geht klar aber das andere du weißt schon geht halt nicht sehr viele intros sehe ich füft schabende schau es hat Und ja, Adam. und zwar leute wir sind die drei zuschauer sind hier leute ok ok ich schreibe ich mache jetzt countdown 9 8 7 6 nach dem nach 1 der erste woher schreibt er wird gepusht leute 4 3 1 ich drücke ab der erste ist der erste ist kreppfalke gamer ok den suchen wir jetzt kreppfalke gamer suche also ich gucke mal nochmal krepp kreppfalke gamer kreppfalke 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 104 Abos. Wie viele Zuschauer? Ein Zuschauer. Kommt ein Abonnent. Kommt. Also ich abonniere dich einmal. Kommt Leute. Ein Zuschauer. Kommt Leute. Die 106. Die 106 packen wir. Die 106 Abos. Okay. Creepfalke Gamer. Ich pushe dich gleich. Noch ein Abo Leute. Und dann wird gleich der nächste gepusht. Leute. 106 Abos. Nice. Okay. Ich such dich mal. Creepfalke. Geh mal. Suche. Okay. Hab dich gefunden. Du hast 114 Abonnenten. Wie? Wir sind zwei Zuschauer. Also packen wir die 106 Abonnenten. 106 Abonnenten Leute. 106 Abonnenten. 106 Abonnenten Leute. Also ich hab dich schon sehr sehr lange abonniert. 115 Leute. 115 Leute. 115 Leute. Ihr werdet sofort danach auch gepusht, Leute. Oder ich sag's dir heute. heute abend leute werde ich noch ein stream hochladen werde ich noch ein stream machen leute aber es gibt kein abo mehr leute abonniert mal den creep falke gamer kommt 116 abonnenten leute 115 hatte geknackt kommt noch ein abo und dann seid ihr die anderen dran leute noch ein abo wir sind noch zwei zuschauer ein abo geht noch kommt viel folge gamer ich zeig mein gesicht nicht kommt leute noch ein abo leute noch ein abo noch ein abo macht den creep falke gamer kommt ein abo noch ein abo nein habe ich nicht leute jetzt abonniert mal den creep falke gamer kommt schon ein abonnenten ein abonnenten noch ein abonnenten noch leute ein abonnenten noch ich mach sonst hier nicht weiter leute ich mach nicht weiter kommt leute wir sind zwei zuschauer drei zuschauer jetzt schon kommt vpp abonnier mal den creep falke gamer kommt schon noch ein abonnenten kommt schon noch ein abonnenten leute ich glaube am montag fiel falke gamer Abonniert Creepfalke Gamer. Kommt, Leute. 116 Abos. Abonniert Creepfalke Gamer. Kommt schon. 116 Abos, Leute. Wir sind drei scheiß Zuschauer, Leute. Und ein Abonnent geht nicht. Leute, kommt schon. Abonniert ihn. Abonniert ihn, dann werdet ihr auch gepusht. Jetzt sind wir zwei Zuschauer, Leute. Abonniert ihn, dann werdet ihr auch gepusht. Ein Abonnent. Äh, Creepfalke Gamer, ich bin fünfte. 116... Nein, nicht deabonnieren, Leute. Das ist unfair. Abonniert mal den Creepfalke Gamer und nicht deabonnieren. 116 Abos. Kommt schon. 115. Okay, jetzt noch ein Abo, Leute. Noch ein Abo. Und dann... Oh, wieso deabonniert ihr ihn? Das ist nervvoll. Leute, wir sind zwei Zuschauer. Und ihr macht ihnen nicht die zwei Abos voll. Leute, kommt schon. 116 Abos. 116 Abos. Kommt schon, Leute. Wir sind zwei Zuschauer. Okay, machen wir drei Zuschauer sogar. Kommt. Abonniert ihn. Abonniert ihn, Leute. Macht ihn die 116 voll, Leute. 116 Abos, Leute. Easy, Alter. Easy. Quen... Also... Quenki, PvP, irgendwie PvP halt. Kommt, mach ihn... Abonniert ihn. Abonniert ihn. Macht ihn die 116 voll. Macht ihn die 116 voll, Leute. Kommt, Leute. Kommt schon. Ich pushe dich... Hier. Also hier. Quie... Falke... Hier. Abonniert ihn. Guckt mal, Leute. Ihr seid Zuschauer. Und ihr abonniert ihn nicht, Leute. Wie viele Zuschauer sind die 117 Abos? Ja, Leute. Wie viele Informationen sehen, die ich in diesem Video habe. Das war ein Tag immer, dasiyorum PERSON. neuer Nummer- whether diese eine... Ich lasse mit 257 Abos noch. Es sind die 118 Abos. haben wir in einem Video jetzt? Leute, wieso schreibe ich Hashtag Push, Leute? Also jetzt den Count, Leute? Zehn. Neun. 121 Abos haben wir. Acht. Äh, Sky Gaming, Sky Gaming, mein Internet ist nicht kacka, sondern die App ist kacka. Boom. Ähm, ja, nice, wir sind vier Zuschauer, Leute. Acht. Neun. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Mein Internet ist nicht kacka, sondern die App ist kacka. Leute, der Erste, der Hashtag Push schreibt. Drei. Mein Internet ist kacka, sondern die App ist kacka. Drei. Vier Zuschauer. Eins. Der Erste. Sieben. Kommt, Leute, der Erste. Hashtag Push. Artgamer.tv. Du hast wie viele Zuschauer? Du hast hundert vier. Artgamer.tv. Sieben. So, hier. Du, ihr. Also wie viele Zuschauer sind wir? Zwei Zuschauer. Also die hundert acht machen wir ihn voll, Leute. Hundert acht. Leute. Hundert acht Abonnenten, Leute. Oh. 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 Oh Wir kommen schon, Leute, wir sind zwei Zuschauer. So, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir. Wir sind drei Zuschauer, nice. Leute, wie viele Zuschauer, zwei Stück. Leute, zwei Stück. Das läuft. Und dann geben wir uns nach 200, Freunde. Kommt, ihr seid einfach die besten Freunde. Schreibt alle Häschen-Push-Zeit, dass ihr euch direkt pushen könnt. Und wie gesagt, ich mache Häschen-Push-Zeit für euch, weil ihr mich abonniert. Und ihr habt Stream geliked und so. Das will ich eigentlich danken euch auf Pushen.